Alte Hunde, die als Gebärmaschinen missbraucht wurden oder durch Unfälle nur noch drei Beine haben, alte Katzen, deren Besitzer verstorben sind, Ziegen, die von ihren ehemaligen Besitzern geschlagen worden sind oder eine fast 60 Jahre alte Schildkröte, die aufgenommen wurde. Diese und andere Tiere leben auf dem Gnadenhof, den die Familie Sommer am Hegelkamm in Edewecht leitet. Das Paar, das sich schon seit Jahrzehnten für Tiere in Not engagiert, hatte 2004 zusammen mit anderen Tierschützern den Edewechterverein der Katzenhof gegründet. Einige Jahre später kauften die Sommers unter erheblichen finanziellen Belastungen einen Resthof, wo sie heute mit alten und behinderten Tieren leben. Kostenlos stellen die Sommers Räume für die Tiere, Futterzubereitung, Verwaltung und mehr in den Dienst der Tiere.